Casino ist ein Kartenspiel, dessen Wurzeln ins Frankreich des 17. Jahrhunderts zurückreichen. Regeln Casino wird von zwei oder vier Personen mit einem Paket zu 52 Blatt französischer Spielkarten gespielt. Ese zählen wahlweise ein oder 14 Augen, zweier bis zehner entsprechend ihrer Augenzahl. Buben elf, Damen zwölf, Könige dreizehn, die zwei wird kleines Casino genannt und zählt zwei oder 15 Augen und die zehn, großes Casino genannt, zehn oder 16 Augen. Beim Spiel zu zweit erhält jeder Spieler zwölf Karten. Nehmen vier Personen am Spielteil, so erhält jeder Spieler vier Karten, die einander gegenüber sitzenden Spieler bilden, so wie bei Vist, Bridge oder Canasta eine Partnerschaft. Vier Karten werden offen nebeneinander auf den Tisch, der Rest verdeckt als Talon daneben gelegt. Ziel des Spieles ist es, möglichst viele Punkte durch das Erobern von Tiskarten zu sammeln. Wenn ein Spieler an der Reihe ist, so muss er entweder ablegen, h. eine Karte offen auf den Tisch legen, paaren, h. z. b. einen Buben auf einen am Tisch liegenden Buben legen und diese beiden Karten zu den von ihm bzw. gemeinsam mit seinem Partner eroberten Karten legen, kombinieren, h. z. b. mit einer sieben die auf dem Tisch liegenden Karten. As, zwei und vier zu einer Kombination von sieben ist gleich a plus zwei plus vier Augen zusammenstellen und diese drei Karten gemeinsam mit der sieben zu den eroberten Karten legen oder bauen, h. eine Karte aus der Hand mit einer oder mehreren Karten vom Tisch so zu einem Gesamtwert zusammenzubauen. Dass er diese Karten im nächsten Zug erobern kann, diese zusammengefügten Karten dürfen nicht mehr getrennt werden. Werden einmal sämtliche Tiskarten erobert, so muss der nächste Spieler mangels anderer Möglichkeiten eine Karte ablegen. Man nennt dies eine Karte für den Tisch bringen. Sind sämtliche Handkarten verbraucht, so wird vom Talon neu geteilt, dabei wird der Tisch jedoch nicht mehr berücksichtigt. So wird weiter gespielt bis alle Karten des Talos ausgespielt sind. Nach dem letzten Zug des letzten Spielers fallen diesen bzw. dessen Partei die eventuell noch auf dem Tisch liegenden Karten zu. Dies wird aber nicht als geräumter Tisch gewertet. Sind alle Karten ausgespielt, so wird das Spiel wie folgt abgerechnet. Die Partei mit der Kartenmehrheit, die H, mit mindestens 27 eroberten Karten, erhält drei Punkte. Die Partei, die das große Casino erobern konnte, erhält zwei Punkte. Weiters erhält eine Partei jeweils einen Punkt für das kleine Casino. Jedes Ass, die Mehrheit der Pikaten, die H, für mindestens sieben eroberte Pikaten und jeden geräumten Tisch, gewonnen hat diejenige Partei mit den meisten Punkten. Meist spielt man jedoch nicht nur ein einzelnes Spiel, sondern eine Partie. Eine Partie ist gewonnen, sobald eine Partei 21 Punkte erreicht. Beim Spiel zu dritt erhält jeder Spieler sieben Karten. Es werden keine Partnerschaften gebildet. Jeder Spieler spielt für sich selbst. Bei der Abrechnung genügt bezüglich der Mehrheit der Karten bzw. der Mehrheit der Pikaten jeweils die relative Mehrheit. Ergänzungen Wie die meisten Karten-Spiele wird auch Casino abweichend von der oben angeführten Regel in vielen in Details unterschiedlichen Variationen gespielt. Die hier wiedergegebene Regel ist keinesfalls in dem Sinne verbindlich wie etwa die Regeln des Schachspiels. bei der Abrechnung Vielen Dank.